In diesen verschiedenen Videos haben Sie unterschiedliche Beispiele für Extreme gesehen. Und Sie haben erkannt, Extreme können ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Sie können einzelne Prozesse sein, wie der eine große Block, Felsblock. Sie können flächenhaft auftreten, wie zum Beispiel der Waldbrand. Sie können fast linienhaft auftreten, wie die Sturzfluten im Braunsbach. Ganz unterschiedliche Zugänge. Das ist auch das Charakteristikum in dieser Lektion zu den Extremereignissen. Es gibt also ganz verschiedene Zugänge. Und der Begriff der Extreme wird eben auch unterschiedlich verwendet. Er wird nicht automatisch immer mit Katastrophe oder katastrophalem Ereignis gleichgesetzt. Aber es gibt eigentlich zwei zentrale Zugänge. Entweder man betrachtet den Prozess an sich mit der bisherigen Kenntnis und schaut, ob eben diese Beobachtungen aus den statistischen Werten abweichen. Oder man betrachtet die möglichen Konsequenzen aus den Ereignissen, die dann häufig gesellschaftliche und ökonomische Katastrophen nach sich ziehen. Und natürlich müssen weiterhin Extreme immer in Bezug auf die Referenzperiode gesehen werden. Das haben wir vorhin ja schon erläutert. Was also extrem in wenigen Jahren ist, muss nicht extrem sein auf das letzte Jahrhundert bezogen. Der Beobachtungszeitraum ist essentiell. Final möchte ich Ihnen jetzt noch den Zugang zu Extremen aus Sicht unterschiedlicher Akteure darstellen. In diesen Interviews werden verschiedene Zugänge verdeutlicht. Es werden Anpassungsoptionen und auch Strategien angesprochen. Und es wird auch nochmal deutlich gemacht, dass verschiedene Institutionen ganz verschiedene Zugänge haben zu dieser Thematik. Und es wird auch noch den Zugang zu sehen.